Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich bin mit mir ins Reise gekommen. Ich bleibe in der Hauptstadt. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen, proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Fegeler, was meinen Sie? Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Benk! Krebs, was meinen Sie? Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Wichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mitleid ist eine Ursache. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verraten gegen die Natur. Ich sage immer, Mitleid zu haben, Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Absagers in ihr Klüvenber rấtomniagt. Mitleid zu haben, dass ichное, was michえて quand Ader demonstriert, nicht freilighig sind, mit Krebs befestigt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Der Angriff Steilers war ein Befehl! Dort! Sie ist so leer! Sie sind so leer! Sie müssen Sie auch erst mit denbringen! Sie müssen Sie sicherstellen! Sie müssen sie versuchen, aus dem Haus zu holen! Sie müssen sie wenden, und dieses Haus zu verarbeiten! Sie müssen sich über die Vorhinein aufn klingeln in der neuen Hθη Odyssey zu finden! Sie müssen sie nämlich um die Vorhinein! Eine Wüste vorfinden. Wir können deinen Gruppenführer-Fegel irgendwo finden. Gutsche! Soffert! Hier ist der Centrum. Verено mit Wolfiren. swinging Bögen? Weil es notwendig entspricht. Rennen Bögen? Die lifts die Glance für die Lippe aus. Der Standort. Die Bögen bums! Und dazu geht es weiter. Es hat der Kultarangatorn! Das war's für heute. Die Person! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann ZDF, 2020 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 Ja, ich hatte recht, mich in meine Beine einzugreifen. Was hast du daraus gemacht? Ja, ich habe recht, mich in meine Beine zu sehen. Detta. Du. 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 Halt! Von vorne kommt der Wäsche! Sie nennt sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademie in Zunderbracht haben. Die meisten der Türen. Dort! Aber alle dieser Fahrräderinnen bezahlen! Ich will, dass der Türen so weit entachtet wird und alle Hüter aufgeht. Hekt euch. Man kann hier nicht losz, was ich habe. Ich bin ein Angriff, nicht losz, wenn ich die Türen in die Richtung zurückkehren kann... Echt der Türen? Daher muss ich einfach schaulieren. Die werden dann wiederum. Nein, ne denn das gar nicht losz? Nein, nein. Versuche ich die Türen, wenn ich das gar nicht losz das geschätzt. Hier bin ich noch nie. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Von allem anfang an, meine Sofernaten und Vertrauben waren. Sofern siehst du, dass ich die Begrüßung habe, dass ich die Begrüßung habe, dass ich die Begrüßung habe. Das war's für heute. 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 Es war's für heute. Es war's für heute. Das soll die arme Pferd machen! Das ist das schnittste Verrat von allen! Nur so lange, wie man Messerkabel hält! Mein Führer? Krebs! Sofort! Mit dem Angriff Steilers! Ich bin ein Führer! 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 Verrat! Was soll ich heißen? Sie können fägeleinig finden. Was soll ich von Ihnen kommen? Ich habe einen Geruch, von Ihnen zu Hause, die ich mit Ihnen mache, eine Art von Ihnen, mit Ihnen zu Hause. Ich habe einen Geruch, den Sie zu Hause und meinen Geist hierherrumpflicht. Ich habe einen Geruch. Ich habe einen Geruch! Ich werde einen Geruch! Ich habe einen Geruch! Ich habe einen Geruch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020